Jetzt wird's gruselig. Die Polidoris und der Pakt mit der Finsternis. In den Polidoris geht es um drei Geschwister. Ihre Eltern sind leider gerade auf Forschungsreise und gelten gerade jüngst als verschollen. Deswegen müssen die drei aus München sich in den Zug setzen und müssen weit über sieben Stunden fahren, bis sie oben an der See angekommen sind. Dort leben nämlich die Großeltern von den drei Kindern. Die Großeltern leben in dem Haus der Polidoris, im Polidorium. Das nennen sie so, weil sich in diesem Haus im Keller ein Bestattungsunternehmen befindet. Dort kommen sie hin und alles ist eigentlich sowieso schon merkwürdig, denn Eltern sind verschwunden, aus der komplett normalen Umgebung gerissen. Sie müssen zu den Großeltern, zu denen sie sonst eigentlich noch nie richtig Kontakt hatten. Das sind alles schon merkwürdige Begebenheiten. Aber als sie nun endlich ihre Zimmer beziehen sollen und sich alle nochmal zum Abendessen treffen, passiert etwas noch viel Merkwürdigeres. Das Zimmer von Pellegrino, dem einzigen Bruder der Geschwister, ist nach dem Essen einfach verschwunden. Als sie die Tür öffnen, hat sich dahinter eine Mauer gebildet, wie auch immer die da hingekommen ist. Und die Großmutter beschwichtigt die Kinder nur und sagt, ach, das waren wahrscheinlich die wandernden Wände hier im Polidorium. Das hat eine Vorfahrin sich einfallen lassen, warum auch immer. Aber Pellegrino soll sich keine Sorgen machen. In vielleicht morgen oder vielleicht in zehn Jahren wird er seine Sachen sicher wiederkriegen. Und Pellegrino ist völlig außer sich, denn das, was in diesem Zimmer ist und liegt, das sind seine Bücher, das ist sein Leben, das ist alles, was er mitnehmen konnte. Er kommt jetzt aber erstmal in der Nacht bei seiner kleinen Schwester unter, Petronella und Pellegrino sollen nachts nicht herumlaufen. Petronella weiß nicht so richtig, was genau da passieren soll in diesem Haus, aber sie kommen ganz schnell noch viel mehr mysteriösen Missständen in diesem Haus auf die Spur. Lest es am besten selbst. Wenn ihr keinen Gruselschocker auslassen möchtet, dann lest die Polidoris. Viel Spaß damit!